Das kann ich dein Ernst, dein Mann. Du willst, dass ich wie ein Feigling abtrete? Ich gebe dir die Möglichkeit abzutreten wie ein König. Oder zu krepieren wie ein Köter. Ich hab dich groß gemacht. Hast du. Danke. Hm? Wer sind sie? Was haben sie denn mit der Axt, Frau Gutermann? Moment, warten Sie. Hm? 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 Ähm...